Andi hat ein kleines Problem. Ein sehr kleines Problem. Ja, hat mal eine gesagt, dass man zu klein ist. Der Andi hat einen ganz kleinen Schniefel. Ja, da warst du sieben. Ja, genau. Ja, aber dass er in der Zwischenzeit gewachsen ist, hast du schon bemerkt. Er ist doch gewachsen. Aber zum Glück... Zieh dir mal Bobby an. Dann legt sie reihenweise flach. Kommt es ja nicht auf die Größe an. Hi, Andi. Hi. Ich such Bobby. Lilly hat mir erzählt, dass sie viel Sport macht und so. Andi, du könntest ihr doch mal dein Dings zeigen. Na, dein... Ein was? Na, sag schon, dein Dings, dein... Penis. Andi? Glamst du mir den Rücken ein? Meinst du nicht, dass du vielleicht ein bisschen was überstürzt? Wo ist er runter? Drogen. Döner Daikiri. Dramen. Was ist denn das für eine Sauerei? Ein Tierfilm. Um was für Tiere geht es denn da? Aramengs. Das ist der Hals von einem Pferd. Pferdfrau. Hier kommt die geilste Komödie des Jahres. Ups. Du bist nicht so wie sie, du bist perfekt. Weißt du nicht, dass es mit Katja ziemlich schnell geht auf einmal? Was mich zeigt, oh, all deine Ecken, deine Kanten. Oh, 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 oh. Baby flieg, baby flieg, baby flieg, wir sind weg. Von ganz oben ist die Welt nur noch ein Fleck. Und ich will nie wieder lang. Du bist perfekt und perfekt. Hast du dich rasiert? Ja, ich dachte, je kürzer die Hecke, desto größer das Haus. Das Haus bewegt sich. Du bist nicht so wie sie, du bist perfekt und perfekt, aber das ist es, was mich zeigt.